hallo meine lieben und willkommen zurück ich sagte ja es kommt heute noch mal was ich wollte mit euch eigentlich dieses video machen mit der karte die ich bei pinterest gefunden habe ich habe mit meinem anderen handy vorhin aufgenommen und dachte machst ein bisschen speicherplatz frei und löschst ein paar fotos jetzt habe ich auch die anleitung für die karte mit jeder stunde ich finde die bei pinterest jetzt nicht und ich werde drei stunden hier sitzen und und diese anleitung suchen die machen wir dann später wenn ich sie gefunden habe irgendwann aber ich wollte mit euch gerne das hier machen ich habe das teil das ist ja so ein oh mein gott ist das noch verrutscht mal noch mal drauf kleben so ich habe diesen notizblock für eine sehr liebe freundin gemacht von mir schnell noch mal aus dem karton rausgeholt weil man muss es ja zeigen sonst wisst ihr ja gar nicht um was es sich hier handelt ich habe jetzt wieder das iphone meiner tochter hinterhoffnung dass wir uns ein bisschen zeit lassen können und ja es ist wieder relativ nah aber ich habe diesmal den blitz eingemacht ich hoffe das wird jetzt ein bisschen besser bei dem watch me kräft ist das nah natürlich mal ein bisschen besser finde ich und ja ich wollte eigentlich heute zur post aber ich werde es wohl heute nicht mehr schaffen und da muss es halt warten ich habe gar nicht gut dass morgen feiertag ist habt ihr das wusste ich nicht also ich habe gar nicht mal daran gedacht auf jeden fall habe ich den süßen notizblock ich wollte es einfach mal ausprobieren ich habe es irgend bei irgendjemandem wie ich glaube von bastelparadiesappen oder so ich weiß es nicht und ich hatte damals aber noch nicht so eine stanze oder trotzdem hat trotzdem gut funktioniert im hintergrund habe ich mal selber gemacht die machen wir auch gleich selber und ich möchte das hier gerne noch für die hoch muss ich nachher wieder ankleben sonst kriege ich die krise ist aber nicht schlimm dabei seitiges klebebein und zack fertig und ich möchte das hier gerne noch machen als kleines dankeschön für die lehrer in der schule weil die haben wir wirklich eine ganze menge jetzt zu verdanken ja johnny geht im moment sehr sehr gerne in die schule und die haben jetzt noch einen zusätzlichen lehrer mit geholt die haben noch eine andere autistin mit in der klasse die auch diesen schwere grad hat wie der johnny und die haben vom autismusverband noch einen extra lehrer der sich intensiv mit den autisten bemüht und seitdem geht der johnny so gerne in die schule der freut sich wenn er die lehrer sieht und wir haben früh nicht mehr diese probleme man hat natürlich immer noch diese hin wird diese ausraste aber dass wir den richtig drängen und so müssen dass er zur schule muss und zwingen und dass er schreit gar nicht er geht wirklich sehr gerne und es ist einfach ein wunderbares hand in hand arbeiten mit der schule und das ist einfach unglaublich toll und deswegen wollte ich als kleines dankeschön die stehen unheimlich auf selbstgebasteltes wollte ich den gerne etwas in der art machen weil sowas kann man irgendwie immer gebrauchen und dachte ich wohl ich mein gott jetzt klebe ich das aber noch mal an sonst kriege ich hier nämlich noch das da wollte ich das gerne noch mal basteln dass es geht schnell ist einfach und ich kann euch da auch einfach mal mitnehmen so lange wie ich dann die anleitung noch nicht wieder habe so macht mich das nämlich wuschig hier wenn das nicht hält und das ist super einfach ich mache das auch sehr gerne und man kann das in allem man kann es in herbst machen man kann es in halloween machen und man kann es mit allen möglichen man ich habe das jetzt hier so im halloween style gemacht und klebe es auch schnell wieder an so jetzt hält er wieder seht ihr und so in der art möchte ich das auch ganz gerne machen für die lehrer und ich hatte da eine einen neuen stempel abdruck einer stempel kommt von stamping beller den hatte ich kolorierte hat auch schön lange sieht nicht so aus aber ich habe mir echt lange zeit gelassen dafür und dann habe ich hier diesen ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt den sehr diese kristall kugel habe ich dann mit so glitzer das ist hier von das sollte eigentlich sprühen hier von kraft emotions sprüht aber nicht deswegen nehme ich das immer noch mit so einem pinselchen dann auf und habe das hier mit dem glossy extra nicht überzogen diese kugel und auch die von der mizi und ich dachte mir das passt auch ganz cool so orakelt ja mit denen hier was machen wir als nächstes und deswegen werde ich aus dem ich habe jetzt hier noch nicht alles abgeschnitten nicht dass ihr denkt das ist hier zu blöd zum ausschneiden hier ne ist sie nicht ich habe dann extra damit man die katze nicht wegkommt möchte ich denselben noch mal in etwa machen nur halt mit diesen bandel gehört nur dass ihr dann am ende wisst wie das aussieht dann kann ich das gleich wieder reinpacken nicht dass mir das dann abhanden kommt so wie gesagt das bandel gehört habe ich schon mal koloriert gehabt das tue ich mir dann auch hier hin ich habe mir wie gesagt bei dieser ersten stanze diese edge stanze ich weiß nicht warum ich das nicht aussprechen kann geholt habe ich mir schon von der ganzen weide geholt weil die wollte die einfach mal so nehmen hier so für so seiten in so mini alben und ich habe das ich glaube es war bastelparadies abend sie hat das gemacht und bin mir jetzt aber nicht sicher und ich bin jetzt im moment aber auch dabei ich mache gerne lesezeichen ich mache gerne tags und so weiter und so fort und ich wollte gerne diese stanze haben sie hat auch mit der von krealees gearbeitet kann natürlich auch sein dass es ein spitzeres war was sie hatte ich wollte die unbedingt haben habe dann geguckt ich gucke holte mir meine krealees stanzen gerne bei sandras bastelladen gucke rein wollte die haben weil mir das gefummelt hat mir hat das gefallen wo ich das fertig gemacht habe für meine nina und dachte ich auch holst du dir die stanze gucke rein zehn euro holst du dir ist ein guter preis für so viele stanzen dann kam die stanze an ich denke ups weil lesen kann ist klar im vorteil ne gut so groß ist die eigentlich ja ich habe mir dann doch diese mal ich habe mich erst geärgert was willst du nicht sandras schuld sondern es ist meine schuld weil ich wenn ich das dann sehe und dann steht dann auch noch letzte artikel also dann kriege ich ja bald herzklappas dann muss ich mich da sowas von beilen und dann habe ich einfach nicht gelesen wie klein die ist aber das ist nicht schlimm dadurch dass ich ja auch gerne lesezeichen machen und gerne text mache und so lesezeichen nämlich auch gerne diese hier von marianne design die ist auch sehr schön und ich dachte das ist doch nicht so schlimm da kann man trotzdem nutzen ist halt aber ihr hättet mein gesicht sehen sollen und da habe ich das praktisch jetzt in 1 2 3 4 5 6 verschiedenen also ich meine das ist jetzt ein bisschen arschkleine für ein lesezeichen vielleicht für so ein daumenkino auf jeden fall bitte ihr hättet mein gesicht sehen müssen wo die ankam der birne auf jeden fall habe ich die jetzt mit denen ich habe die auch schon mal ausgestanzt damit wir das jetzt hinter uns haben weil ich muss ja mal meinen riesen bigshot jetzt immer holen und ich habe die jetzt in drei verschiedenen größen jetzt tun wir das ich wollte schon ja nur die stanze jetzt mal zeigen das hier werde ich am ende wohl noch mal auf pappe kleben das habe ich jedenfalls bei der von von nina gemacht ich habe hier hinten noch mal pappe aufgeklebt weil es einfach ein bisschen stabiler sein muss wenn so ein großes ding daran klemmt dann sonst wackelt das und ich mag das nicht wenn das so rumappelt ne das mag ich ja nicht so jetzt habe ich das hier in drei verschiedenen größen hier liegen ich hoffe ihr könnt das sehen und so war gelten dort jetzt so ach egal und ich habe auch verschiedene Haftnotizen geholt also ich mache das am ende ja mit diesen Haftnotizen einmal habe ich mir die hier von action ich habe den blitz angemacht weil das letzte mal ein bisschen scheiße aussah mit dem bumslicht und es wird jetzt gerade wieder dunkel die hier ist ein außen action die da habe ich leider keine einfarbigen gefunden aber je nachdem was man macht passt das bunte auch ganz gut dazu ich klebe auf so ein teil auch kein ganzes päckchen ich halbiere die dann in etwa weil das klatscht ja sonst so schnell runter wenn ich habe es ja extra dann so hier noch mit so einem dings versehen ich habe es mit meiner zange da gemacht ich habe so eine zange und mit diesen eyelets und wie das heißt hier hat man auch die möglichkeit mit diesen mit diesen löschern brauche ich aber nicht das ding hier halt diesen locher und für die kleineren habe ich mir dann kleinere Haftnotizen die sind mit den eintakt bei ja unschwer zu erkennen in die hände gerutscht und da dachte ich mir das wäre doch für die kleinen auch mal ganz cool ne wenn man so ein kleineres macht hier passt das ja ganz gut hier sieht es ja ein bisschen arg klein aus ich habe zwar noch offene Memo Blöcke aber ich habe die jetzt zu Demonstrationszwecke extra mal rausgeholt damit ihr seht wo ich die her habe wie die aussehen wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier ich gebe keine ganzen hier wird der ein bisschen groß glaube ich ich hole mir jetzt so die Hälfte ab gucken wir mal gucken wir mal obwohl es geht noch ne aber der wäre wiederum zu klein hier das sieht ein bisschen bekloppt aus aber hier ist der einfach optimal also das wäre das hier eher so Lesezeichengröße und das hier wir machen auf jeden Fall mal das mal gucken wenn man von der Zeit hier hinkommt vielleicht machen wir noch ein zweites auf jeden Fall kann man die halt in verschiedenen Größen machen das finde ich total optimal es muss ja nicht unbedingt so ein riesen Klopper sein je nachdem vielleicht mal für einen Computer zum Arbeitsplatz so ein kleiner reicht ja auch vollkommen hin ich habe uns auf jeden Fall schon mal alle drei Größen die ich hier habe ausgestanzt wenn man das in dieser kleinen Größe machen kann ich habe auch so einen Textstanzen da geht das glaube ich auch ganz gut aber da ist halt so ein bisschen Schnibbelei mit dabei und so habt ihr alles zusammen ich konnte mir alle drei Stanzen einmal durchknallen in einen Durchgang also jeweils einmal in schwarz einmal in weiß weil ich ja diese Big Shot Plus jetzt habe und das in einen Durchgang bumm bist du fertig und machst du noch ein zweites wunderbar also ich war damals damals letzten Monat es ist bei mir schon damals war ich so am überlegen ob sich die Big Shot Plus bei mir lohnt aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen ja ich habe ja nun auch einiges an diesen XXL Stanzen also sei es jetzt für so einen großen Karton also so eine Kiste wo am Ende das hier praktisch rauskommt hier sieht jetzt natürlich ungünstig aus ich habe mir nämlich wieder ein paar Perlen geholt für Perlenengel da kommt diese hier raus und das ist dann doch schon so eine ganz große Stanze oder für meine Slimline Karten die musste ich dann immer auf zweimal machen weil ich mir ja so oder so eine neue holen musste und diese paar Euro die die mehr gekostet also das waren wirklich nur ein paar Euro vielleicht 20 oder so und das ist für mich bei so einem riesen Unterschied sind das wirklich nur ein paar Euro ist einfach so und muss ich ganz ehrlich sagen bin ich echt froh man kann so viele gleichzeitig schon mal durchknallen wo es nur ein Durchgang ist das ist natürlich so eine Platzsache die nimmt ein bisschen mehr Platz weg aber ich musste so und so hängeln herrollen so ist es pups egal so tue ich einmal den Schneider runter und habe trotzdem Platz so jetzt kommen wir aber zu denen auch mal zurück wir fangen mal mit diesem ganz großen Ding hier an und ich denke mir mal den Hintergrund werden wir auch wieder so in den Lila Tönen halten so gucken wir mal wir können es auch in so Pink Tönen halten wir gucken mal ich habe mir eigentlich auch extra neue Tupsters geholt ich mache das gerne damit ich habe auch so diese Schwänchen ich habe auch dieses Pinsel ich mache das aber am liebsten mit denen jetzt habe ich mir bei Amazon nochmal neue bestellt das ganze Ding hier am Arsch guck mal ich meine es ist ärgerlich weil das Ding kostet fast 20 Euro naja egal ich habe es jetzt und gut ja dann nehmen wir jetzt diese Dinger hier und suchen uns erstmal so ein paar schöne Farben raus und ja ihr wisst ich muss euch immer anlassen weil iPhone und so da gucken wir jetzt mal was haben wir schönes an Farben oder ich mach doch mal auf Stopp Moment so jetzt habe ich mal so ein paar raus geholt ich werde am Ende versuchen das Video zusammenzufügen müsste ja eigentlich gehen mit so einer App da und ich habe mir jetzt erstmal rausgesucht diese Farben Ted Red Rose Spoon Sugar also das wird auf jeden Fall mit reinkommen genauso wie dieses Raspberry Warm Lipstick bei diesen Berries eventuell den Rand und die ja ich fange mal mit der hellsten Farbe an damit die kommen evntl tt das kommt aber auf jeden Fall also fangen wir mal an muss ich mir jetzt unbedingt festmachen ne das nervt mich sonst aber ich brauche natürlich ein Stückchen Papier um das ganze ja vor meiner dicken fetten Faust zu schützen so dann machen wir jetzt mal hier auf das Ding und suchen uns ein paar schöne raus so fangen wir an in der Mitte mit Spoon Sugar ich arbeite immer gerne so von der Mitte ein bisschen daneben das sieht auch so ein bisschen pudrig-kreidig aus so ich tupfe das mir gerne nochmal so ein bisschen auf die Glasscheibe damit das einfach nicht ganz so boop ist wisst ihr wie ich das meine? so so kann es auch im Allgemeinen so mal auf die Glasscheibe machen so ach ich wollte das ja eigentlich mit Dings machen aber dann machen wir dann das kleine dann mit mit den Gelatos Hintergrund mit den Gelatos so 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 dass sich das hier noch so ein bisschen aus klingen damit die Ränder schön hell sind und gehe dann in die nächste Farbe rein Ups das passiert mir leider immer weil ich glaube das passiert vielen obwohl das Papier nicht gerade das dünnste ist was ich jetzt hier habe da ich werde noch einmal nehmen hier damit das auch wirklich alles schön für so eine große Fläche hätte sich natürlich jetzt wieder der Pinsel geeignet aber die müsste ich erst mal wieder reinigen weil ich da nehme ich lieber so die die dunklen Farben da habe ich die das dunkelgrün das dunkelblau oder so ich weiß auch nicht warum ich bin da so ein bisschen bekloppt was das angeht ne aber das ist ja jetzt nicht so wild so jetzt haben wir hier unser Spunny Sugar das gefällt mir auch schon mal ganz gut ich hoffe es heißt Spunnen oder Spannen oder was auch immer was so machen wir jetzt so ein bisschen weg hier und jetzt suchen wir uns die nächste Farbe und ich vermute mal das wird Worn Lipstick sein ja das Raspberry ist doch ein bisschen dunkler also machen wir uns jetzt hier so ein bisschen von dem Worn Lipstick hin so jetzt mal gucke ich mal das dürfte die Farbe hier sein das ist ja das lässt sich so richtig toll so verblenden ich mag das total gerne ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit denen dass ich nicht Pause machen kann aber so seht ihr halt mal dieses Blende Zeug ne ich mache das jetzt noch so ein bisschen mit euch mit zusammen und damit das Video nicht ganz so lange wird weil ich ja dann mit euch noch das andere machen möchte mit den Gelatos mache ich dann auf Pause so so gehen wir schon mal schön an den Rand mit so das sieht natürlich jetzt noch nicht ganz so toll aus aber am Ende glaubt es mir es sieht dann richtig toll aus aber im Prinzip ihr wisst ja wie man das so verblendet ne habt ihr jetzt so gesehen ich werde das gleich mal auf Pause machen aber ich will das Video nicht wieder 50 Minuten bringen weil ihr guckt ja nicht so gerne lange Videos von daher bis gleich so jetzt habe ich euch mal wieder angemacht ich habe jetzt meine drei Farben aufgetragen und ich glaube das ist was was ich doch ganz gerne nochmal mit zeigen möchte wenn ich am Ende meine drei Farben habe ich habe das jetzt hier noch nicht so doll verblendet in der Mitte gehe ich immer nochmal mit der hellen Mittelfarbe also in der Mitte reingegangen bin und verblende die Ränder dann nochmal um dann ja ein schönes gemischtes Ergebnis zu haben damit die Ränder nicht nicht so ja krass abgehackt sind ich mag das wenn es schön ineinander über geht ich habe mir hier schon mal dieses Worn Lipstick noch hin gemacht damit mache ich mir dann meine Ränder möchte aber jetzt hier nochmal weil das wollte ich dann doch schon nochmal zeigen mach das hier mit rein also bei so einem großen Ding muss ich ganz ehrlich sagen werde ich mir das nächste Mal dann doch so einen Pinsel nehmen das ist sehr sehr zeitaufwendig mit so einer kleinen aber ich mag das ich habe diese diese Fingerdinge einfach sehr sehr gerne ich weiß nicht da habe ich irgendwie eine richtig gute ein richtig gutes Gefühl für den Schwamm um den mit der richtigen Intensität aufzutragen aber es ist eben bei so einem großen Projekt sehr sehr zeitaufwendig gerade wenn man so ein Video macht so jetzt habe ich mir das hier nochmal schön verblendet dass von innen heraus auch schön in die dunklere reingeht jetzt habe ich hier noch ein paar Fusseltchen die mache ich dann runter die nerven mich nämlich sonst so jetzt natürlich erstmal hier reingeschoben Logo muss sein so jetzt möchte ich mir die Ränder gerne noch in dieser Farbe hier machen jetzt weiß ich aber nicht ich nehme mal lieber Neues ich weiß nicht ob ich die schon habe hier so jetzt gucken wir mal hier passt ja passt nicht zu intensiv damit rein nur dass die Ränder so ein bisschen was haben sie hier ja seht ihr gut so schön mit in die Mitte hinein das Papier was ich jetzt genommen habe grümmelt ganz schön ich hätte doch das von wie heißt das Moni Mono Copy Copy Eccolo Copy das nehme ich sonst jetzt habe ich aber so ein das habe ich mir mal so ein Einzelblatt da geholt bei Amateurisch ach von Hintergrund kannst du das nehmen aber das fusselt jetzt unheimlich ja ist auch eine Erfahrung die man machen muss man kann die Fussel natürlich dann wieder weg machen aber es ist ein wenig nervig so schön verblenden das ist damit das wichtigste damit die Übergänge auch wirklich schön sind dass nicht zu abgehackt ist so hier oben noch ein bisschen da gehe ich auch mal ein bisschen weiter rein weil hier oben ist eine größere Fläche da kann man ruhig mal mit der Farbe ein bisschen weiter rein gehen also jedenfalls die größere Fläche die dann frei bleibt am Ende so so ach dieses hier Krümle das ist ja nervig ne das ist ja das ist eine Erfahrung die man mal machen muss so jetzt haben wir noch diese hier so mach ich jetzt hier nochmal lang so jetzt schön verblenden wieder das coole ist ja dass man am Ende mal nie genau weiß was da rauskommt ne so man kann noch so viel machen so viel experimentieren mit diesen und das ist das was mir so unglaublich gefällt an diesen an diesen selbst gemachten Hintergrund ich habe gestern noch ein paar mit mit Wasserfarben gemacht die sind aber jetzt dabei zu trocknen ach jetzt zu trocknen zu zu kletten die tue ich mir dann immer im Papier oder beziehungsweise hier drunter und habe ich dann auch noch so ein paar wie heißen die diese Brushos und diese Pearl Pearl Farben und die von Nouveau Scheinpuder Schimmerpuder mit aufgebracht ach das da könnte ich stundenlang matschen dann damit aber dazu muss man dann auch Lust haben also wenn ich dann so einen spontanen Abdruck also Hintergrund Abdruck ist ein bisschen doof gesagt wenn ich gerade so einen spontanen Hintergrund wie jetzt hier habe dann mache ich das irgendwie ungern mit dem das mache ich dann halt so wenn ich meinen Abend habe wo ich jetzt keine Muse habe zu irgendwas anderem dann mache ich dann dieses so jetzt mach das mal das Ding so ein bisschen so jetzt machen wir uns unsere Platte wieder sauber so ein Vorteil definitiv von der Klarsplatte muss ich nicht ewig aus dieses Ding raus holen ich habe ja so eine Klarsichtsfolie jetzt gucken wir mal das passt schon ganz geil also das gefällt mir schon mal ganz so bien da brauche ich eigentlich auch kein Braun mehr drumherum oder doch oder nicht ne ich mach mal kein Braun ich lass das jetzt mal so weil hier habe ich ja so einen dunkleren schwarz und braun noch mit drumherum gemacht ne ich lass das jetzt mal so also das kann auch mal oder doch ja ich bin jetzt so unschlüssig ich guck mal ich guck mal ob ich doch nicht lieber den Hintergrund etwas dunkler mache ich habe es meistens mit diesen Walnut Strain ich habe aber auch noch einen etwas dunkleren Ton guck mal ob ich den jetzt wieder rumkollern habe das ist nämlich ein richtig schwarz beinah da haben wir noch Ground Expressum der ist auch ganz cool aber ich habe noch einen dunkleren Blacks Sud 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 ja so und dafür nehme ich aber jetzt mein Applikator bei der Vorbereitung heute mal wieder null weil ich ja alles umschmeißen musste aber ja so ist das so ist das ja auch wenn man bastelt ne man hat spontane Ideen dann so ich würde sagen ich werde mit den Ground Espresso drüber gehen kurz und dann nochmal mit den Blacks Sud da gebe ich nur so ein bisschen die Ränder hier merke ich wie das Papier fusselt das ist ja furchtbar also ich werde mit diesem Papier eigentlich heute zum ersten Mal den Hintergrund machen von daher hatte ich bisher noch keine Erfahrungen damit ich mache diesen einen Rand hier mit euch zusammen dann mache ich wieder eine kurze Pause um euch im Prinzip zu zeigen wie das so in etwa funktioniert wenn man auch noch nicht jeder macht das ja so jetzt habe ich den Ränder vor allem den Rand so ein bisschen hier ich gehe dann auch noch ein bisschen weiter hinein aber halt dass es dann nicht so intensiv ist aber ich werde es nur braun lassen nicht schwarz das sehe ich jetzt gerade das harmoniert ganz gut ich werde dann nicht mit dem Black mit reingehen das ist mir sonst zu viel so so in etwa sollen dann die Ränder werden kleines bisschen mit reingehen nicht zu weit so so gefällt mir der Rand schon ganz gut so 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 könnt ihr glaube ich ganz gut erkennen so ich mache den Rest jetzt ohne euch und dann sehen wir uns gleich wieder so meine Lieben ich habe das jetzt erstmal zu Ende gemacht ich habe am Ende doch noch ein bisschen von diesem Black Sud seht ihr das Black Sud mit drangemacht und ein bisschen mit reingebracht dann sieht es doch noch ein bisschen ein bisschen ja gefällt mir so schon ein bisschen besser nur mit dem braunen hat es mir nicht ganz so gut gefallen und also wie gesagt das Papier krümelt total auch mit dem mit dem Blender total blöd also das Papier nehme ich auf gar keinen Fall nochmal das werde ich nur dafür nehmen wenn ich irgendwelche Zeichnungen noch mache oder so das ist ne das krümelt so eklig und das mag ich nicht das da macht es keinen Spaß ne so jetzt nehme ich mir noch ein Schablönchen ich habe jetzt hier die von Samifim mit den Sternchen weil ich noch so ein paar einzelne Highlights haben möchte und da nehme ich jetzt dieses das diese Berries oder Raspberry hm und Lipstick ist ein bisschen ne ich nehme mal dieses Picket Raspberry und gucke mal dass ich mir dann hier und da noch so ein paar coole Highlights reinsetze nicht viel einfach nur so ein bisschen angedeutet muss nicht so extrem dann so schauen wir mal ja das sieht doch ganz niedlich aus ne mit diesem kleinen extra Detail so vielleicht hier noch ein bisschen so sieht man ja immer noch so ein Teil davon weil ja hier dann auch dieses Teil hinkommt mit dem mit den Blättern also mit diesen von diesen Notizblättern aber ich finde es hat was so jetzt sind wir mit dem Teilchen schon mal fertig das ganze wieder zu damit uns das gute Zeug auch nicht trocken wird so schnell noch das Schablönchen sauber machen so ich weiß einige machen die immer aus dem Nachhinein sauber aber ich mag das nicht ich finde das noch ewig denn so vergniestet ich mache mir mein Schablönchen immer gleich sauber ein bisschen Wasser und dann ist das auch fertig das ist schnell gemacht und dann ist das gute Ding wieder sauber das sind alles Geld ne das muss alles so ein bisschen in Acht genommen werden so jetzt würde ich mal sagen wir könnten noch ein bisschen Wassertropfen pucken aber nur ein paar da dass das nicht zu viel wird so wir haben auch gar nicht erst noch lange gewartet gleich drauf knallen und runter nehmen jetzt kann ich das Teil hier dann auf meinen Hintergrund setzen das ist ja nicht wirklich nass von daher geht das ja das ist halt nur sehr wappelig durch das also mir gefällt der Hintergrund ganz super so ich nehme jetzt hier aber den weißen Action Kleber ich kann auch Tombow nehmen aber ich habe Angst dass ich dann drüber komme weil ich habe ja hier jetzt mit Stempelkissen gearbeitet und da ist ja dann dieser andere Kleber nicht wirklich so der Birner ne da will dann immer diese schöne Stempelfarbe unbedingt verlaufen lassen wenn Glück hat gibt es einen geilen Effekt wenn man Pech hat nicht ach jetzt ist das ich werde auch den Tombow nehmen das ist jetzt so eine relativ große Flasche und ich habe das alles jetzt umgefüllt in diese kleinen Flaschen ich guck mal ich habe aber hier noch andere Kleber nehm mal den von VBS mein Gott wollen wir mal nicht so geizig sein so bei so einer großen Fläche mit so einer kleinen Flasche hängst du ewig dran das ist furchtbar so VBS Kleber auch schon eine Weile nicht mehr nehmen ich habe übrigens von VBS jetzt den neuen Katalog bekommen aber die haben ja ihr Repertoire ganz schön aufgestockt die haben richtig tolles Zeug mein Mann steht zwar auf Miniaturen Zeug ich denke mir mal da wird wohl bestimmt da mach mal nur eine Bestellung kommen und da kann ich mir auch den Kleber wieder mit bestellen da lohnen sich dann auch die Versammelkosten die haben auch jetzt Stempel also entweder habe ich die vorher nicht gesehen oder so und gar nicht mal schlechte Stempel gar nicht mal hässlich da haben die so komische so Gnomen oder was da so sein soll ach die sehen so niedlich aus die werde ich mir wohl dann mit bestellen so über der Kleber drauf dann setzen wir ich tue es mal schräg dann sehe das auf jeden Fall bisher ist mir das nicht aufgefallen dass die auch Stempel haben bei VBS und so jetzt gehen wir hier nochmal mit dem Tuch drüber damit auch alles schön fest also ich mache das jedenfalls immer so das ist jedem dann auch selbst ich mache das ganz gerne nochmal dass sich der Kleber dann auch schön verbindet mit dem Papier und sich schön anziehen kann so das gefällt mir gut das gefällt mir wirklich sehr gut der Hintergrund so Dallee Dalloo Dalloo machen wir noch ein paar Hintergrundstempelchen drauf das weiß ich noch nicht ein paar Fliegen vielleicht obwohl das sieht schon durch die Sternchen so schön aus das passt so gut dann müssen jetzt nicht unbedingt Fliegen mit den ich habe es mit Fliegen und mit mit Ameisen ich mache die gerne so in so einem Halloween Hintergrund oder Spinnen aber dadurch dass ja hier dieses kleine Mädel welche Farbe nehmen wir eigentlich also ich habe mir ja noch ja keine Farbe oh die sucht hier das ist ja wurschbar das gelb quietscht zwar schön und hebt sich auch ganz gut ab aber ich denke wir mal da werde ich wohl rosa nehmen oder pink ist ja eher pink als die rosa so ja also das passt ja das passt ja perfekt das blau und das grün ist ja auch so ein bisschen ne das grün können wir ja hier mal kurz anhalten da zählt auch noch sorry und danke und nochmal danke dreimal nichts ist doof also wie ich schon nochmal angießen ich bring das jetzt schnell an mit doppelseitigem Klebeband damit wir da schon mal wissen wo das hinkommt dass mir das dann nicht so in der Gegend rum fluddelt das tue ich dann praktisch ja hinten an der Klebefläche weil ich glaube ich habe es vorhin schon mal erwähnt ich tue mir nicht den kompletten Block da drauf weil das ist einfach ich weiß nicht ich habe da auch immer Schiss dass es einfach zu schwer ist für ja wenn man das an so eine Küchenwand oder Kinderzimmer oder Büro oder was auch immer dass man sich da so ein bisschen an die Wand anbringt ich mache hier auch mal noch einen dritten Scheifen und dann will ich nicht dass wenn da so ein dicker fetter Knubbel dann da ist will ich dann nicht dass das runter fällt deswegen mache ich da immer nur die Hälfte von dem Block dran ist wenn man so im Allgemeinen so ein Notizblöckchen zurecht macht können wir auch mal machen das sind alles so Teile ich nicht mal ganz gerne so als Goodie mitgebe und die auch mal schnell und einfach gemacht sind oder da ist das was anderes aber mit so einem Ding was so hängen soll ist mir das nüft jetzt guck mal das mal hier so ein bisschen in der Mitte erwischt ich ziehe es mal kurz runter damit ich das auch für mich gut sehen kann ja ich würde sagen Mitte Mitte erreicht so und das passt hier einfach nur zu geil finde ich ne die passt so gut da werde ich mir jetzt mein Schärchen schnappen ich habe mir übrigens ein neues holen müssen so kann man jetzt wieder schneide ich heute das allererste Mal das ist vorhin auch angekommen weil mir mein kleines Schärchen ich meine das schneidet noch aber das wackelt auf einmal hier so und so eine Schere muss gerade wenn ich hier so eine Ränder ausschneide muss für mich so eine Schere gut und fest in der Hand setzen und nicht mit diesem Gewackler hier das ist sehr schade weil ich mit der Schere die ich hier habe diese kleine Rosane wirklich sehr gerne und wirklich auch gut meine Ränder schneiden kann aber ich muss sagen die ist auch nicht schlecht die ist die ist hat zwar eine komische Form ist auch wie so ein Herz aber bei Scheren bin ich geizig Leute echt ich möchte mir ja gerne mal wirklich die von Tim holen und ich habe mir jetzt gedacht ach komm jetzt nimm sie sie mit und dann ach guck mal da zeigt es dir eine an die kostet nur 3 Euro und dann spare ich mir dann diese und dann dachte ich mir ach wieso holt sie denn nicht doch die ganz schlimm also ich weiß nicht da habe ich voll die Meise so jetzt kommt das Bundle Girl auf nach diesem Bundle Girl habe ich gegammert Leute sag ich euch ich habe die dann bei Buster Welchobos gefunden diese Bundle Girls von Stamping Bella die sind irgendwie immer ausverkauft immer so ich klebe mir das mit 3D Pads hin die kleben wieder zusammen noch ein neuer davon hat man ja Millionen so geht es mir jedenfalls weil ich mir die immer immer neu mitnehme von Action so 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 ein Mist ah ne da will man hier voll den fetten markieren ja so richtig edel will man das hier drauf stopfen und dann ach man blamiert mich das Ding hier so hier werde ich nochmal durchschneiden weil ich möchte diese diese ganz ganz engen ich habe hier zwar noch so einen länglichen aber ich die gleich wieder gefunden habe und die muss ich auch erst abschneiden also aber ich bin immer sehr vorsichtig hier bei diesen Ecken weil die das sind immer die die als allererstes irgendwie abgehen und deswegen versuche ich die dann halt mit so kleinen Dingern immer noch ein bisschen mit zu verstärken so hier oben geht es natürlich nicht ich habe schon den Zwirbel das Ding hier hat normalerweise noch so einen Zwirbel aber den habe ich gleich abgeschneiden weil das sieht sonst aus wie eine riesenbommel da oben wenn man das dann da abschneidet und das wollte ich eigentlich nicht deswegen habe ich das schon gekürzt aber jetzt muss ich doch noch ein paar andere rauszerren das kann ja wohl nicht sein das kann ja wohl nicht wahr sein so jetzt muss ich auch die gleiche Höhe haben weil mit den Dingern muss man echt nicht geizen wenn man die vom Action holt und ich finde die reichen vollkommen aus könnten nur halt auch mal schwarz weil wenn ich diese schwarzen dann haben möchte die muss ich mir dann jedes mal bei jedenfalls hole ich mir die da bei ach Ideen mit Herz aber mit denen ach ich will mal mit denen muss man echt nicht geizen finde ich das geht rucki zucki außer das abgefummelt das dauert dann mal eine halbe Ewigkeit so wo ist denn jetzt die Katze hin? ach die liegt noch da ich habe mal deswegen habe ich das noch nicht mit abgeschnitten weil ich das Talent habe dass wenn mir das dann fehlt lege ich das dann irgendwo hin und dann ja dann suche ich das ewig und drei Wochen jetzt wo ich euch vorhin die Perlen gezeigt habe ich habe mir ein paar Perlen im Tedis noch geholt weil ich überhaupt gar keine Perlen hatte ich bin ich habe mein ganzes Rest in Zeug verkauft auch die ganzen Perlen waren mit dabei ich habe mir sämtliche Kettelstifte und Niedstifte und diese Kettchen so und jetzt dachte ich mir auch nicht so ein paar Perlenengel kann es ja auch mal überall mit ranhängen oder so ne und jetzt habe ich mir eine neue gekauft ich habe dort ein paar Perlen bestellt wieder und dieses ja das Gedöns halt was mit rankommen muss dieses diese Kettchen diese Kettenverlängerungen und diese ach wie heißen denn nur diese kleinen diese Ringe da diese Binderinge genau ja so bin ich jetzt habe ich mir noch ein paar so weil ich dachte ne du willst nicht ewig warten bis du wie ein Beats dann da weil wenn du nämlich keine Bestellung über 30 Euro bei denen hast dann lassen die sich nämlich ganz schön Zeit wenn du jetzt eine 80, 90 Euro Bestellung hast dann hast du die innerhalb von der Woche so Bundle Girl ist drauf jetzt schinkt auch noch dann habe ich mir das noch so bestellt bei ebay wo habe ich das Ding hingetan sag mal bin ich denn nur wenn man über 40 ist Leute da lässt das ganz schnell nach vergesst man alles dann hatte ich mir um das nochmal zu erwähnen mit den Suchen dann hatte ich mir dann bei Tedys diese Teile hier geholt und dieses Tütchen habe ich bestimmt schon 20 mal diese Woche gesucht auch gefunden dann immer wieder vergessen wo ich es hingetan habe also ehrlich da fragt man sich manchmal ob man noch ganz atta ist und immer wenn ich es dann gefunden habe jetzt habe ich es dann heute morgen wieder gefunden und habe es dann gleich hier rüber getan damit ich mir heute Abend so ein paar Perlenengel machen kann also was das angeht mit denen dann verkaufe ich es und dann hole ich es mit dem Rest kann ich einfach nicht mehr machen meine Augen die haben ausgesehen das geht nicht dann macht es keinen Spaß und wenn ich mir dann so eine fette Maske aufsetzen muss dann hört ganz einfach für mich das Hobby auf das kotzt mich schon beim Einkaufen an mit der Maske und aber ich habe mir jetzt so jetzt gucken wir mal hier ich muss hier doch noch ein paar Stempelchen hier hinten haben aber ich habe jetzt auch keine Sternchen hier wo ich sagen könnte können wir noch ein paar Sternchen hin machen nur einen Sternenstempel habe ich natürlich nicht Gucken wir mal hier ich habe meine kleinen Stempelchen hier habe ich eigentlich jetzt finde ich sie nicht also das ist in der letzten Zeit bei mir ganz schlimm so da mache ich hier eine Fliege wollen wir hier noch so ein paar Fliegen hinsetzen ja Fliegen ja da sind ein paar Fliegen dran machen wir mit 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 Ground Espresso sonst gucke ich mir das aber nochmal an wie das aussieht ja das passt passt zup 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 einfach nur um so ein paar Lücken noch aufzufüllen zup kommt noch eine hin so das ist schick das gefällt mir gut das gefällt mir sogar sehr gut so wo waren wir eben stehen geblieben wenn ich schon hier am labern bin ja ich hatte ja meine Siggstifte verkauft und den einen Tag dachte ich mir oh das eine Bild das würde aber mit Siggstiften schön aussehen und ich habe das ganz vergessen dass ich die verkauft habe und habe die gesucht und gesucht und gesucht bis es mir eingefallen ist mein Gott die hast du doch verkauft stimmt ja ich habe ja viel zu wenig damit gearbeitet so dann habe ich natürlich und mein Mann sagt dann bestellen sie dir doch nochmal ich denke ne muss nicht sein so ich habe aber nächsten Monat auch Geburtstag und ehe die Siggst da wären ist mein Geburtstag also hat mein Männlein gesagt tja dann kaufe ich dir die zum Geburtstag ja jetzt kriege ich wieder Siggstifte hat er schon bestellt sind schon unterwegs und ich kaufe ja das ist furchtbar da bin ich in der Hinsicht wirklich so richtig ganz arg bekloppt was das angeht so jetzt will ich mal gucken ob das auch hier so hin passt weil mit diesen Oxide Stiften nein Stiften sag ich mit den Oxide Kissen Highlights zu setzen auf Papier so mit Stempeln ist ein bisschen schwierig ja ich will das auch hier nur auf diesem Deckblatt machen nicht bei den anderen so bisschen sauber machen den Stempel im Grunde ist es ja schon fast fertig finde ich man muss jetzt nur noch das Ding hier rein machen so und da habe ich von meiner Anmarsch hier ja hier so tolle Zeug bekommen werden wir das dann auch gleich tun fangen wir zuallererst an dass wir da mal ein Loch rein machen ich glaube Crapidile heißt das bei den die dieses teurere Teil haben ich weiß noch nicht was das jetzt gekostet hat es geht ja nicht um den Preis es geht mir jetzt nur darum wie die Dinger so heißen dann suche ich mir jetzt so ein bisschen die Mitte raus dürfte die Mitte sein ja jetzt mal ein Löschlein rein so das ist auch jetzt fester als wieder das andere also da habe ich ja das andere da war das Papier was ich hier oben drauf habe auch nicht ganz so dünn also das muss ich nicht unbedingt verstärken das ist okay so so jetzt machen wir uns hier dieses was mache ich das Ding immer verkehrt rum raus so dass der Club dann ja nicht ist so mache ich jetzt hier mal zur Abwechslung ein pinkes rein das passt ja gut zu der oder die war schwarz und ich gucke mal nach schwarz was sieht denn schicker aus komm raus da oh mein Gott jetzt ist es drin das machen wir denn so so drücken wir das mal so zu hier ich hoffe ich habe es jetzt richtig ich mache das nämlich generell erstmal verkehrt rum ja ich habe es wieder verkehrt rum gemacht so jetzt mal jetzt da drauf und jetzt das Mängelkraft so jetzt haben wir es hier angedrückt so jetzt kann man das hier so richtig schön auch aufhängen sehr hübsch also mir gefällt das ich finde das richtig toll und man braucht im Prinzip nicht viel man hat dann eine Kleinigkeit die man immer jeden mal mitschicken kann mit rein tun kann wie auch immer aber ich will das Video nicht noch länger machen wenn dann machen wir lieber die Tage nochmal ein zweites Watchmecraft wo wir dann mit den Gelatos direkt arbeiten ihr Lieben wir haben fertig das ist so dann der Unterschied zu den anderen von denen gibt es auch noch diese großen Stanzen die dann halt so sind wie gesagt das hier habe ich mit diesen Edge Stanzen es gibt ja auch noch diese Edge Stanzen ich habe es schon wieder warum auch immer die gibt es auch von Action die könnte man bestimmt auch mal ausprobieren aber hier hat man halt die ja das ist ein bisschen länger jetzt wie ich jetzt hier sehe kleines bisschen aber ich finde es schön beides schön aus richtig hübsch ja und jetzt könnte man sich dann hiermit dann halt noch Lesezeichen kleineres machen aber ich will das Video nicht zu lang werden lassen wenn dann mache ich noch ein Lesezeichen mit euch separat gut ihr Lieben das war jetzt unser Watchmecraft mit einem kleinen Hängekalender ähm wie spät haben wir es wie spät haben wir es was habe ich noch für Zeit wir kriegen noch eins rein ich mache noch ein Lesezeichen mit euch dann wenn schon denn schon bis gleich dann ihr Süßen dann geht's bitte ich dann sie